Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 988. Heute mit den folgenden Themen. Samsung Event, Parallel Desktops, Jobs Angebot, oder Job Angebot, Feedburner, Plex und Fritz Phone. Ich starte gleich mit Events. Das gibt es aktuell wieder einige. Das ist schön für uns Geeks, für uns Gadget-Nerds etc. Samsung hat angekündigt, sein Unpacked-Event am 28. April um 16 Uhr stattfinden zu lassen. Nach wie vor kann man das Ganze direkt über YouTube oder über die Webseite von Samsung begleiten und sich anschauen. Was da kommt? Keine Ahnung. Irgendwas Leistungsstärks. Und zwar das leistungsstärkste Galaxy wird es sein. Wir dürfen gespannt sein. Dann geht es weiter mit Parallels Desktop. Die App, um Windows auf dem Mac zu emulieren, hat ja eine kurze Pause machen müssen. Zumindest für die M1-Mac-Nutzer. Denn darauf lief das Ganze nicht. Jetzt haben über 100.000 M1-Mac-Nutzer die Anwendung getestet. Auf Herz und Nieren. Und mittlerweile soll es aus der technischen Beta draussen sein. Das heisst, also die Technical Preview-Phase ist beendet. Wie der Mike erzählt hat, mir ist die Version jetzt draussen. Er wird das sicherlich ausprobieren und uns in einer der nächsten News-Folgen vielleicht kurz was dazu sagen. Ob es funktioniert zumindest und ob er es nutzen wird. Ich sehe schon wieder einen Spoiler in Richtung der News-Folge. Dann gab es ein Job-Angebot in Richtung dem jetzigen VS-Chef Herbert Diess. Wenn ich ihn dann richtig ausspreche. Früher noch, also im Jahre 2015, bis dahin hat er bei BMW gearbeitet und hat da am i3 und i8 war es, glaube ich, gearbeitet. Aber immer ganz stark in Richtung Tesla geschielt. Er hat, wie er so schön selber sagte, den Markt in Tesla und in Nicht-Tesla eingeteilt. Damals war i-Auto auch noch ein relatives Nischenprodukt, was ja mittlerweile zum Glück nicht mehr so ist. Und damals hat er ein Job-Angebot bekommen. Hat sich dann aber nicht dafür entschieden, ist zu VW gegangen, wie wir heute wissen. Das Job-Angebot kam von Elon Musk, die aber heute noch zumindest ein gutes gepflegtes Verhältnis unterhalten. Und Elon Musk wurde auch gerade vor kurzem eingeladen, den neuen iVW-ID, genau, die ID-Modelle auszutesten in Braunschweig. Mal schauen, anscheinend soll das Job, wie soll ich sagen, der Vertrag von Herrn Dies im Jahre 2023 ausfallen. Spekulationen gibt es da natürlich schon, dass vielleicht dann nochmals was kommt von Herrn Elon Musk. Wer weiss, wer weiss. Feedburner, ja, Google hat ja damals RSS kaputt gemacht, als sie ihren eigenen Dienst eingestellt haben und vor, ja, wann war das, circa 14 Jahren Feedburner gekauft haben, das Ganze dann über die eigenen Server gelaufen lassen haben. Jetzt will man das Ganze auf stabilere und neuere Server bringen und dazu gleichzeitig ein paar Funktionen ausschalten, wie zum Beispiel E-Mail-Abonnenz, die dann nicht mehr funktionieren, etc. Das wird per Juli diesen Jahres abgestellt. Sollten also da Blogger und Podcaster draussen sein, die auf diesen Umweg, respektive diese Statistik, setzen, die sollten das Ganze ziemlich schleunigst aus ihren Blogs nehmen und wenn man das mit der Mail-Geschichte, also dem E-Mail-Abonnement, weiterpflegen möchte, muss man sich auf die Suche nach einer Alternative machen. Ich bin ja froh, habe ich vor, jetzt sind es auch schon eineinhalb Jahren her, den letzten Blog, den levesmart.ch-Blog, da weggezügelt. Da wusste ich gar nicht mehr, dass das noch darüber läuft. Aber ja, ist jetzt überall weg, wie gesagt. Dann gibt es Neuigkeiten von Plex, dem Streaming-Plattform-Anbieter, also dem eigenen Mediacenter für zu Hause, für das Nasen-Computer, etc. Die haben verlauten lassen, dass sie mit der neuesten Finanzierungsrunde, 50 Millionen Dollar, haben sie bekommen, die noch bessere, beste Plattform werden möchten für eure Serien, Filme, etc. Ich bin ja mal gespannt, was die da noch entwickeln und alles so in Zukunft bringen werden. So die letzten Neuigkeiten, auch wenn Podcast natürlich spannend ist, aber das war nie etwas, was ich mir auf meine Systeme gezogen habe. Ich habe zwar noch einen Plex-Server im Betrieb, aber wir nutzen ihn leider immer weniger. Weiter geht es noch mit einer letzten Neuigkeit. Da habe ich mich gerade erst vor circa einer Woche gewundert, weil ich mir die Fritz Phone auf dem Android wieder mal installiert habe, weil ich da gewisse Tests machen wollte. Und da war die App noch ziemlich alt. Also wie man sie von früher her kannte, auf iOS ist die ja schon lange gebürstet und geschriegelt und neu gepimpt. Und das ist jetzt endlich auch für Android soweit. Somit, wer darauf setzt, unbedingt updaten. Die App schaut richtig vernünftig aus mittlerweile. Auch das Logo ist nicht mehr in die Jahre gekommen und somit eine runde Geschichte. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wenn alles klappt, werde ich am Freitag nochmals eine Sendung bringen. Ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder. In dem Fall euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.